Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hier ist Captain Cole vom dritten Grenadierregiment. An alle Überlebenden der Milit sind auf dem Weg zum IMC-Sender. Loner, Werbungsteam Gamma. In der Nähe des Rack der McAllen ist ein Teil der Lärmgangskraft. Mit dem Tone-Loadout können wir Gegner erfassen und mit CSU-Raketen attackieren. Das ist im Kampf ausgesprochen hilfreich. Das ist ein Teil der Lärmgangskraft. Fremdpilot der Hausten, werden Antikröpft! Giftsmüll kann schwere Verlässerungen oder den Tod nach. Deshalb ist das Wagen und Schutzanzug ist in dieser Einrichtung obligatorisch. Captain, hat den Hohenbeweg geschmackt! Aufpassen! Ein Verbündeterpilot. Captain, die haben uns selben Militpiloten geschickt. Feuer einstellen! Er gehört zur SRF! Wir werden schon rechnen. Wir haben sicher einen Stimper. Giftsmüllpumpen, bildern jetzt die automatisierte Testanlage, Truppel 3. Rücken Sie weiter vor. Rücken Sie weiter vor. Hey! Wir werden uns in Kürze kreuzen. Wir müssen durch diese Anlage zum Treffnungsgebieter entfernen. Das ist die einzige Chance zu überleben. Wir müssen durch die Anlage zum Treffnungsgebieter entfernen. Der Lastenaufzug dieser Verladebucht ist eine Abkürzung durch die Anlage. Sie finden das Bedienfeld über ihr hart. Gute Idee. Danke, Pilot. Ich halte die Anlage auf. Ich werde zum Umspannwerk dieser Einrichtung gebracht. BT, wie komme ich zu dir? Folgen Sie den Rohren in die unteren Ebenen. Die Kugel warten noch immer. Ich verspreche Ihnen nicht, wenn Sie nicht einfach alles kürzen. Sie haben nichts. Wenn Sie sich wiederherzustellen, bin ich ganz froh, um den gesamten Komplex zu zerstören. Einige von Ihnen halten das vermutlich für übertrieben. Die Kugel gehen hier auf. Die Kugel werden die Anlage zum Treffnungsgebiet, um einen gåstuch. Sie freffen wie es zu n coordinatorboy in Be Privatli. Sie müssen schüttzen aus. Sie müssen revolten er économischACK! Was ist das hier? Die AMC betreibt im Grenzland mehrere wissenschaftliche Forschungseinrichtungen. Von dieser hier weiß die Miliz aber vermutlich nichts. Wie viele dieser Einrichtungen gibt es? In den acht Monaten vor Operation Brotsort hat die 9. Milizflotte mehr als 29 derartige Anlagen erobert oder zerstört. Seltsam. Ich orte in diesem Gebiet Spuren meiner eigenen Datensignatur. Die Störungen scheinen meine Scans zu beeinflussen. Das ist es K-Ĩm. étépanesm mound. Die Störungen sind We Untieo. Es wird also die Störungen 그리고 siehaoER schädigungen. Was ist das? Wir müssen die Macht der Lade jetzt testen, eine zweite Chance kriegen Vielleicht nicht, 206 Wir gehen sobald die Lade in Position ist Wir gehen sobald die Lade aus Wir gehen sobald die Lade erfolgreich zu den Pfeilwaffe richten Wir gehen sobald die Lade in den Testlauf Pilot, die Ringe an meiner Position enthalten sehr viel Restenergie Dies war die Zielposition der Lade Andersons Plan beinhaltete eine Aufklärung Gute Arbeit Pilot, Sie haben das Elektroton geboren Gehen Sie jetzt in den Kontrollraum zurück, um das System neu zu starten Wir haben damals hohe Verluste erlitten, konnten die Flotte aber retten Shit Shit Das war's für heute. Schatzschance 68%. Wind drei Knoten. Richtung 274. Reichweite 95 Meter. Projektilmasse 89 Kilogramm. Vertrauen Sie mir. Guter Bock. Gerngeschehen, Pilot. Viel Glück da drüben. Richter, hier ist Blisk. Ja, Richter hier. Der verdammte Pilot will den Sender benutzen. Halten Sie ihn auf. Ich verlasse mich auf Sie. Blisk out. An alle Sicherheitskräfte. Richter hier. Zum Sender. Los. Ich bin in diesen Knirps. Sofort. Lasst mich nicht hängen. IMC Landungsschiffe in Erd 4er Position. Verstanden. Sulu 1, Kilo 1 Vorrücken. Alpha 2, setzen Sie Soldatenarzt. Schnell. Ste 영상. Halten Sie auf Sie, tauschen Sie 쪽. Jak GOs. Kapitel 24. Ach, feel free來. Huh. Du bist so innen. Lehrstören. Falschpilot, kommst du! Stocker, bereit machen! 1 an Richter, Ziele des Piloten sind unklar. Könnte sein, dass er uns von dem Titan weglocken will. Nein, konzentriert euch auf den Piloten. Für den Titan habe ich andere Pläne. Geht es? 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 Geht sie nur so weiter, aber an ihrer Stelle würde ich aufhören den Helden zu spielen. Dann, dann leben sie länger. Geht es? Geht es? Geht es? Geht es? Geht es? Geht es? Vorwärts, vorwärts, Feinde im Anmarsch! Geht es? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Initialisiere Zielerfassungssysteme, Harmonie, Koordinaten eingelesen. Untertitelung des ZDF, 2020